Hallo, ich bin Stein und berichte heute über die Trail-Kamera-Reihe von Camouflage. Mit unserer Standard- und WLAN-Auswahl erfüllen wir alle Bedürfnisse jedes Naturliebhabers. Aufstellungen erstellt durch tausende Umfragen und Wildkamera-Benutzer-Interviews. So haben wir perfekte Kameras, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Jede Kamera arbeitet gleich. Sie haben Fahrsensoren zur Bewegungserkennung und möchten ein Objektiv zur Aufnahme von Videos und Fotos. Und das Infrarot ermöglicht das Aufnehmen von Nachtvideos und Fotos in Schwarz-Weiß. Alle Kameras arbeiten rund um die Uhr vollautomatisch, damit sie keinen Moment in ihrem Garten verpassen. Die Kamera hat eine Erfassungsreichweite von bis zu 25 Metern und ist IP66 wasserdicht, ideal für den Außenbereich ohne Sorgen. Jede unserer Kameras wird mit Montage-Set geliefert. Wir haben Wandhalterung, um sie an Wand schrauben zu können. Und wir haben auch das Kabel, damit sie die Kamera um den Baum wickeln können, indem sie es fest mit dem Kabel umwickeln. Jede Kamera hat eine Anleitung in verschiedenen Sprachen, auch auf der Rückseite. QR-Code für Anleitungsvideos und Handbücher in allen Sprachen. Hier rechts ist unsere Standardaufstellung mit drei Kameras, beginnend mit der SM4 Pro. Unser Einstiegsmodell hat eine 24 Megapixel-Kamera und Full-HD-Video für hochwertige Inhalte. Die Auslösezeit der Kamera beträgt 0,6 Sekunden. Nach 6 Sekunden erkennt sie Bewegungen und nimmt Fotos oder Videos auf. Diese Kamera ist ideal, um ihre Funktionsweise auszuprobieren. Nach dem SM4 Pro kommt der große Bruder, die 2 Ultra. Und die Easy 2 Ultra hat eine 30 Megapixel-Kamera und 4K-Video. Die Auslösezeit dieser Kamera beträgt nur 0,2 Sekunden. Sie erkennt fast alle Tiere. Die letzte Kamera dieser Reihe ist die Easy 2 Elite. Diese Kamera hat die gleichen Optionen wie die Easy 2 Ultra. Aber es hat eine Dual-Linse mit zwei Linsen, wodurch die Nachtfotos und Videos noch schärfer werden. Ideal, wenn Sie eine Nachtkamera und tolle Nachtaufnahmen möchten. Wie fängt man damit an? Mit einer Standardkamera? Es ist eigentlich einfach. Schritt 1. Batterien einlegen. Schritt 2. SD-Karte einlegen. Und Schritt 3. Kamera einschalten. Automatische Kameraarbeit. Countdown 5 Sekunden. Kameraaufsetzen nach Countdown. Verfügbarkeit 24-7. Kamera ist funktionstüchtig. Hier haben Sie die WiFi-Auswahl. Das WiFi-Lineup wird mit einer kostenlosen App geliefert, die mit Apple- und Android-Geräten kompatibel ist. Mit dieser kostenlosen App benötigen Sie kein Kabel oder Laptop mehr. Gehen Sie zur Kamera und laden Sie Fotos und Videos direkt auf Ihr Telefon herunter. Kamera in Baum oder weit weg von zu Hause. Einstellungen direkt über App ändern. Sehr nützlich, wenn Kamera in solchen Situationen genutzt wird. Die erste Kamera dieser WiFi-Reihe ist die Easy 40 Fake, unsere Basiskamera. Sie hat 24 MP und Full-HD-Video für Top-Qualität. Die Auslösezeit dieser Kamera beträgt 0,4 Sekunden. Das bedeutet, dass Sie ein Tier erkennen und mit dem Aufnehmen von Fotos und Videos beginnen kann. Die zweite Kamera der Reihe, der große Bruder des ES45, ist die Easy 60 Pro. Sie hat 30 MP-Kamera und 4K-Video für perfekte Bild- und Videoqualität. Die Auslösezeit beträgt nur 0,2 Sekunden, sodass Sie nie ein kleines Tier auf der Kamera verpassen. Die letzte Kamera der Reihe ist die Easy Solar und sie hat eine 6,40 Megapixel-Kamera und 4K-Video, also noch schönere Bilder als bei der Easy 60. Und die Videoqualität ist erstaunlich. Auslösezeit ist genauso wie beim Easy 600 nur 2 Sekunden. Vorteil, Kamera mit Solarpanel, kaum Batteriewechsel nötig, großartig für unterwegs. Die Kamera hat eine Live-Ansichtsoption, sodass Sie auf Ihrem Telefon sehen können, was Sie bis zu 25 Meter entfernt zieht. Wie funktioniert die Wi-Fi-Einrichtung? Es ist dasselbe wie die Standardaufstellung, aber Sie können die App verwenden und installieren. Und das sieht so aus. Wenn Sie die App öffnen, können Sie Fotos manuell aufnehmen oder Videos aufnehmen, indem Sie hier klicken. Bilder zurückblicken, Videos oder Fotos auswählen. Eine Option für Sie. Hier sind deine Videos und Fotos. Alle Einstellungen können direkt in der App geändert werden. Kamera von Foto auf Video umstellen, Länge des Videos verlängern, verkürzen und so weiter.